da ist mal was leckeres leckeres für dich gesundes jawohl ich kann den letzten skills kill noch keine tierfette mehr ranger experte jawohl jetzt kann jeden skill jetzt brauche ich nur noch das durchspielen das heißt ich muss nur noch isila heimat machen tja jetzt tun mir die leute leid jetzt geht's zielgerade ist das jetzt drin ja ein bisschen auf materialien mit alles damit ich auch nicht auf einmal leer dastehe ich bin mal gespannt was bei denen abgeht in der hut brennt bestimmt alles lava vulkaner die stehen doch so auf sonne jump da ist eine maske die schießen jetzt ab das sind die sieler masken das freut ihr bestimmt nicht wenn ich das kaputt mache da ist immer gleich ein weg und er muss ja aber folgen davon ist ja hallo ich will dir nicht streicheln jetzt bin ich gespannt ob die mich in empfang nimmt es ist so geil das andere fiech auch knurrt dann knurrt das ewelsantige dann hauen die ab ich komme was ist das ein mammut die sieler heimat reite ein mammut und durchbricht die tore mammut damit ich reiten danke mit anlauf ich überfalle die sieler heimat hallo ihr wollt es nicht anders oder moment blödes mammut blödes mammut das mammut hat das fichern geäußert mein kumpel getötet komm das probieren wir noch mal da dann da das hier durch tut mir leid nein tut es nicht das sind doch mal so viele Problem war da noch nicht so viele. Warte, ich muss wenden. Da lebt noch einiges. Du lebst auch noch, oder was hier? Okay, ich bedanke mich bei dir. Du noch. Du wärst mir. Ich freie die Ranger, damit ich dir beim Angriff auf Vataris Tempel helfen. Vatari heißt die Anführerin. Ich reite einfach mit dem Mammut runter. Ist mir jetzt völlig egal. Ich reite in irgendein Lager rein, dann steige ich ab und dann töte ich das mal mit alles. Inklusive mir. Ich rufe mir. Das sag ich ja auch gleich. Ich sehe gar nicht das Leben vom Mammut. Ich kann jetzt nicht jumpen. Das ist mein Mammut, gefällt mir. Da ist auch mein Dorf, das ich überfallen werde. Hallo. Hi. Was machst denn du für ein Alarm hier? Kann ich das auch umrennen? Nein, natürlich nicht. Alter. Sterbe. Das ist zu dick, das bleibt überall hängen. Wieder auf den Turm, muss ich selber töten. Aber den Rest. Kommt noch einer. Oh der Scheiß. Er hat auch mit dem Bestia. Danke Mammut. War echt nett mit dir. War echt nett mit dir. Das ist ein Mammut. Das war aber echt angenehm jetzt mit dem Mammut. Wer hupt denn da so? Irgendjemand hupt bei mir die ganze Zeit. Der nervt mich. Idiot. Kein Handy oder was? Freit die Vendja im Isila Dorf. Habe ich. Vendja sind befreit. Was sind die anderen da drüben? Und dann haben wir da und da und dann machen wir das mal. Lalalala. Tertiger. Jetzt müssen wir selber ran. Das heißt, Mammut hat vorher Pause. Feierabend hat's. Feierabend. Das wäre echt witzig, wenn das selber auch gelaufen wäre. Aber es greift auch mich an, das ist das Blöde. Da bin ich gleich da, jawohl. Ich habe einen Bienenschwamm, den kann ich auch gebrauchen. Ich stehe nur da auf der Hütte rum. Der Alter von Xsuli. Sugsli. Sugsli. Geronimo! Denk nicht mal dran, du blöder Idiot. Sugsli. 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 Oh ne. Das war es ja, das war ja locker. so ich den punkt dann wo ich den letzten das letzte lager das letzte leuchtfeuer dann hole ich die letzten gefangenen raus dann trete ich den isieler in den arsch hoffe ich mal dann ist alles vorbei lasst mir in ruhe sagen wir mal ob ihr schneller seid wie mein siebels antiger gleich bin ich da gleich bin ich da sehr gut oder ja 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 Sieg! Jawohl! Meins! So, das war der letzte Punkt meiner Reise. Jawohl! Alle Leuchtfeuer erobert. Was? Keine Trophäe dafür? Na dann gucken wir mal. Hallo? Du alte Ziege, du! Was geht bei dir ab? Bumm! Hehehe. Ist tot, ja man. Na lass uns mal gucken. Ich bin dein Vater. Du hast ihn nicht. Du hast ihn nicht. Du hast ihn nicht. Du hast ihn nicht. Ich bin dein Vater. Das ist der Mammoth. Das ist der Mammoth. Das ist der Rente weg. Wie ist der Mammoth? Achso Boah, leck Mammut So, du auch? Ist Maury jetzt tot, oder was? Ja, cool Tierhaut 5 Trifft ihn mit dem Ranger vor Batari's Tempel Boah, du bist aber knapp am Leben Noch eins, jawohl Na, ich muss dich jetzt reiten Ich muss so fit sein Okay, vielleicht nicht gerade gegen den einzigen Baum, der in der ganzen Gegend ist Der mag wohl nicht Wasser Der mag wohl nicht Wasser Habe ich gedeutscht So, dann gehen wir halt ohne Wasser Nehmen wir den Landweg So Der wird's geschafft Das erste Hindernis war das Wasser Ja, das konnte auch wenn du nachts alleine spazieren gehst Du wirst Bescheid Verlass niemals nachts das Haus Wenn der Fackel Und der Säbel zur Tigereit Unterwegs sind Der Tempel von Batari Batari Dann stürmen wir mal hier an Tempel Diesmal bin ich sogar nicht allein Aber okay, ihr seid meine Freunde Ja, ihr seid ihr seid 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 ihr seid ihr seid